Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sehe meine eigenen grauen Haare und ich stelle fest, dass ich mich verändere. Und ich denke so manchmal bei mir, dass für mich ein anderer Abschnitt meines Lebens beginnt. Ein wichtigerer als die davor. Ich habe hier Vorbilder gefunden und das macht mich froh, nämlich Vorbilder, die mir zeigen, wie man vernünftig alt wird. Und mehr noch, altern, das ist nicht dasselbe wie sterben, aber man muss erkennen, dass der Tod ein Mitglied der Familie ist. Kinder jungen, süße Kinder jungen Ewig bleib dir wach in mein Sückau Wenn ich trau, wie auf eier Zeit Tut mir das so in Bank und Leid Ach, wie schnell ich bin schon alt geworden Kinder jungen, süße Kinder jungen Ewig bleib dir wach in mein Sückau Wenn ich trau, wie auf eier Zeit Tut mir also die Bank und Leid Zur Fortsetzung des Programms schalten wir um nach München mitgegenwacher Du bist um in einem Liebe Kinder, wir zeigen euch nun den Zeichentrickfilm Der Prinz und der Bettelknabe nach dem Roman von Mark Twain und es geht dabei um die Folgen eines verhängnisvollen Kleidertausches. Ich wünsche euch viel Spaß.